Das war mein Schwert, wo ich geguckt habe. Bei Modify hat das Ding noch. Cleaver, ja, ja. Da muss der Kopf beim Hammer nochmal da sein. Der Hammer. Boah, auf jeden Fall das Teil. Den. So, ich will den Namen machen. Echtst du denn? Hm? Was brauchst du denn? Glück. Ich mein nur. Hast du das aber zu verbessern oder was? Ja, gleich. Ja, mach gleich. Farming Stand. Du kommst jetzt eben erst die Sachen und danach kannst du steckeln. Ja. Farming. Farming Stand. Brauchen wir noch den Kopf. Auf posierenden Gestalt. Posierenden Nugget. Und den Schuss dann. Eure Enderpairn und Eisen. Okay. Die Platt für Nummer, ja. Die Rinder noch. Elektrical Steel. Silicone. Vorwärtskohl. Das. Das. Das ist jetzt ein Paper. Das ist jetzt ein Paper. Heute. Exquiviert. Ach. Exquiviert aber auch nur so ein Teil. Okay. Exquiviert. So. So. Hat das. Redstone. Ach jetzt. Ähm. Solalillion. Dromium Hammer. Ein Stück. GoBot Level. Ähm. Exquiviert aber auch ein Binding. Gut, dass wir die ganzen Köpfe haben. Gut, dass wir die ganzen Köpfe haben. Zwei davon. Ah ja. Tool Binding. Den wollen wir noch einmal. So sieht. Auch so ein rotes Auge. Wenn du das herstellst. Den Kopf. Dein Kopf. Dein Kopf, ja. Dein Kopf. Nee. Ähm. Gottfuss, das wir Zeug. Wir müssten mal die Enderlilies anpflanzen, ne? Ja, müsste man mal. Was passt dem Affen denn jetzt hier nicht? Die Dinger oder was? Alles. Irgendwas passt dem Spiel grad nicht. Wir haben mal angefangen. Dann nehmen wir halt die Bindings. Da wir die Dinger ja auch gebrauchen können. Zwei. So. Nein. Das. Das fehlt noch ein Dok. 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 Primium Kopf. Aber das mach ich gerade. So. Dann haben wir Schmitz. Das und das. Excurator. Dann kriegst du noch den Excurator. Dann kannst du alles mal was du möchtest. Hm. Kannst du das Material im Po schieben oder. Nee. Keine Ahnung. Ich hab eben kurz was Gold noch aus. Die. De. bitte dann auffüllen, auffüllen, bitte bleib nicht stehen, komm, mach Bock voll oh nice so war das ich möchte mal gerade noch ein bisschen Eisen ja, ja, mach ich aber wir können es nur haben, würde ich gucken so, nochmal so ein Freund wir brauchen wir, 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 also müssen wir jetzt das machen danke schön zwei Stück von dem so, Excavator das hat es auch noch zu geschmissen hm was soll mir hab ich schon gesehen wie für Dias haben wir denn? ein Diamanten nur noch äh 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 und wer noch nicht? ja den brauchen wir aber gerade noch ja, hatten wir nicht mehr und wir haben noch einen Diabock da drin ja, aber hatten wir nicht irgendwo mal mehr? ne, verbraucht, weißt du denn? äh, brauchst du die Welt gerade? äh? brauchst du die Welt? mach ich? mach ich? ich hab jetzt aber die Welt rausgenommen nö, ah ne, ich nicht das ist die Unclusion Chamber 4 das ist die Unclusion Chamber 4 weil dann pack ich nämlich eben was ist das denn Miners Delight gewesen? oder Vanilla ne, Vanilla Vanilla ist besser oder Vanilla Mining zack ähm so nämlich paar Dias brauchen ja ja so die Hux-Boy sind ja so nicht soft soo soo boah ist die lahm ey ja soo 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 diamantenn danke scheiß glätt soo haben wir denn Pulver-Aubis Kohlen noch? äh ja 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 hier äh was war das jetzt noch? ich hab's schon wieder vergessen ich hab's grad gesehen und ich hab's schon wieder vergessen noch denn es ist erst gebrochen ja Silicon und also Silicon ja ich weiß ich doch noch zehn kilometer nach unten machen wir das fertig das hat nicht gemacht glaube ich irgendwie ohne rüstung ist das hier gar nicht geil drin doch nur meine was ist schon geil und rüsse so zwei stück davon haben wir auch ich will doch nur paar diamanten was auch immer passiert ist noch nichts das war eine spitzhacke auf jeden fall so so dann oder das ist auch normal ich habe die geschieselten Dinger ich werde schieseln was schieseln? ich soll schieseln? ok geschieselt ja um wenn man die Welt auseinander nimmt eigentlich ne warum? wenn man dadurch die Sachen kriegt die man braucht ja ach so du sagst dass die Autocraft das auch schon für dich ja das steht da farming station brauchst die gerade oder? ja fertig so im pack ist das ein creator back ein gelbes Miniaturherz so achja so jetzt haben wir auch fertig jetzt habe ich auch ein Monocle das alles zum schass äh wie ist das Ding? was keine Ahnung kannst du irgendwas bestimmt mit Farmen oh um ρο اخ verified Radier ami also kann es handeln was mit dem papp Camids eigentlich die bräuerle für die quest ja ich weiß war das für angest unzuwerbende decisions die haben wir von denen eigentlich schon keine ahnung ja ich jetzt mal die schaufeln um die abzubauen eine batterie drauf oder so das geht ja noch mal auf der batterie darauf lieber noch im kasten der kiste haben zwei stöcke haben wir da noch eine nämlich mir gleich noch wenn wir da welche kiste ist noch die die auf die spitze drauf hast du jetzt wird das buch weggeschmissen oder hast du da schon was drauf gelegt die plätze nein okay normalerweise geht das ne ne ich glaube die letzte mal ging die auch nicht oder war das nur mit den engines und cells was brauchen wir denn da für eine mit den grauen geht es sind doch leadstones oder nicht aber das hatte netflix or leadstone cells wir haben noch da greift in den kippen mit der leadstone cells aus dem ding geklappt dass ich komme eben schauen wir nehmen mit den dingen auch nicht müssen die haben sie leer sein steht nicht aber der mann dass ich das schon so gemacht hat keine ahnung mehr wie das war ich auch nicht da ging nur die kartoffeln ne ich glaube nicht von dem wir ja eh keine mehr haben ne von den kartoffeln haben wir keine mehr ich glaube wir können es aber auch machen die potatoes 21 pumpkins haben wir 64 stück ach warum esse ich denn die kartoffeln wenn wir noch kuchen haben weißt du nicht ne mit dem geht es auch nicht ja 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 buch reingucken ja 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 ich gehe mal kurz zum meeting was hast du amy wakui vertikler kopf hat keine ahnung gib mal Fertilized Bird ein Fertilized ja und dann? und dann geh mal auf den den Soil Obtatic, ne den Obtatic Capticator ja das ist, ach so und geh mal zu den ersten noch wenn Iron Oxid brauchen wir ja viel, keine Ahnung wie wir das kriegen so wie kriegen wir das denn aus Chemical Bucket ja, keine Ahnung wie ich den machen soll Chemical Bucket ja, keine Ahnung Fee kann ich höchstens herstellen aber da bräuchte man ne, ja dafür brauche ich mal ein bisschen das das werden wir wohl nicht haben äh, ich kann jetztens Pugasium nehmen weil, die Erde hatte ich schon gemacht deswegen ne, ich brauche irgendwas Liedernes aber das brauche ich voll massenweise du, was brauchen wir das Zeug denn? für Fertilized Dirt finde ich fest hä? wo brauchst du denn Fertilized Dirt? ach da unten unten ach so, einmal super ja, schön ne also was steht da? Fertilized Dirt, speed up the grow of crops about 20 mal ok ja gut, dann werde ich mich da gleich dran setzen feiner Junge ich mach jetzt aber eben ich wollte mal eben was schauen hä? ach das ist ne haben wir irgendwo noch ne Liedstone die gerade keinen Strom hat ich glaube hier vorne ne ja die stehen hier rum die nehmen mich mal kurz mit einer leeren geht das wahrscheinlich mit einer leeren ich glaub das geht mich nur mit einer leeren glaub nicht haben wir überhaupt Kobold? warum geht das denn damit nicht? sind die dumm? ja wo ist das da? ich bin, du bist behindert mhm